Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wie viele Menschen sind auf dem Friedhof begraben und haben das Ende erreicht, aber wie wenige das Ziel. Gott hat für dich ein Ziel und kein Ende. Wenn er dir durch die Geburt das Leben gibt, möchte er dir alles geben, dass du nicht am Ende ankommst, sondern dass du durch dein Leben gehst, bis du am Ziel angekommen wirst. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir sind so schnell am Ende. Wenn unser Leben, wenn wir es durchlaufen, dann kommen wir, ich weiß es noch von der Schule, dann meinst du, ich bin am Ende, die Noten sind zu schlecht, ich bin am Ende, ich schaffe gar nichts mehr. Ich komme nicht mehr weiter, finde keinen Beruf. Wie schnell sind wir mit so vielen Dingen am Ende? Ein Beruf genauso. Die Firma fusioniert oder was auch immer, sie brauchen dich nicht mehr. Und du meinst, du bist mit vielleicht 7, 58, wenn du die Firma verlassen musst, meinst du, du bist am Ende. Bei deiner Arbeit, ja, ihr Lieben, da sind wir auch schnell am Ende, wenn die Kraft nachlässt. Und nicht immer am Ziel, wenn wir am Ende sind. Und manchmal hat man auch den Eindruck, mit seinen Kindern am Ende zu sein, wenn es schwierig wird, wenn einem mal die Kinder nicht verstehen und nicht sagen, Papa, du bist cool, sondern, ja, du bist altmodisch, macht man heute viel anders und so weiter. Und da haben wir jetzt weniger die Probleme, aber wir bekommen das ja auch mit und da ist man oft am Ende. Viele Kinder sprechen mit ihren Eltern nicht mehr, weil irgendwo ein Ende gekommen ist, aber kein Ziel. Genauso mit Krankheiten. Krankheiten gibt es manchmal, dass der Arzt sagt, es tut mir leid, die Therapie ist am Ende, wir können nichts mehr tun. Aber das Ende ist nicht dein Ziel. Und das ist ein Unterschied. Wie ich es überschrieben habe, das Ende ist nicht immer dein Ziel. Aber Gott möchte, dass wir ein Ziel erreichen. Und nicht das Ende erreichen. Das Ende erreichen wir schnell. Das Ende erreichen wir schnell. Es gibt Leute, die kommen so, so gerne und sagen, wow, toll, alles gut. Dann werden sie einmal enttäuscht und dann sind sie schon am Ende. Aber sie sind noch nicht am Ziel. Wenn du an dein Ende kommst, steht Jesus da und sagt, ich möchte dich ans Ziel bringen. Und für uns ist so oft das Ende, das Ende. Und dann ist uns auch das Ziel egal. Der Feind möchte dir immer zeigen, dass das Ende da ist. Und du nicht mehr in deinem Kopf hast, dass das gar nicht das Ziel ist. Wenn du unterwegs bist mit deinem Auto und du fährst vielleicht in Urlaub, das ist immer das, was wir uns gerne vorstellen. Ist ja immer so der Moment, kennt ihr den Moment, wenn man ins Auto einsteigt, vollgepackt, total K.O. und du fährst los in Urlaub, das ist so ein Feeling. Das hätte man gern öfters, kennt ihr das? Und dann gehen ein paar Tage rum und dann ist man schon wieder zurück. Aber okay. Aber du fährst in Urlaub, nach einer halben Stunde, du fährst vielleicht, ich weiß nicht, in die Alpen. Nach einer halben Stunde geht dir der Sprit aus. Und du bist am Ende. Aber nicht am Ziel. Und so viele sind so auch am Leben, in ihrem eigenen Leben unterwegs, dass sie schon lange am Ende sind, aber noch gar nicht am Ziel. Gott gibt uns das Gelingen aber für das Ziel. Er hat uns den Start gegeben für unser Leben, für viele Dinge. Er hat eine Idee für dein Leben. Er hat eine Idee für deine Berufung. Er hat eine Idee, was er aus deinem Leben machen möchte. Und du läufst los in deinem Leben und machst das alleine und bist sehr schnell hier angekommen. Ich bin am Ende. Und wie viele junge Leute, die vielleicht noch nicht mal erwachsen sind, sind schon am Ende, aber das Ziel ist noch weit weg. Und Jesus, wenn er dir das Leben einhaucht, oder wie soll ich sagen, durch die Geburt, das Leben gibt, möchte er dir alles geben, dass du nicht am Ende ankommst, sondern dass du durch dein Leben gehst, bis du am Ziel angekommen wirst. Gott sieht in dir nicht deinen Moment, deine Momentaufnahme, das, was du gerade brauchst. Oh ja, der hat Durst. Oh ja, der braucht einen Job. Oh ja, der. Nein, Gott sieht dein Ganzes. Und unser momentanes, vielleicht Ende oder Herausforderung ist ein ganz kleines Stück im ganzen Plan Gottes, vom Start bis zum Ziel. Und der Feind geht immer mit diesem Schild neben dir her und sagt, du bist am Ende. Und er macht dir noch eine große Burg. Und Isolde hat unlängst eine Predigt gehalten mit einem Luftballon und er hat so einen Riesenballon voll mit Luft. Wisst ihr, was da drin ist? Wenn man draufpikst, macht es einen Knall und ist nichts da. Und so tut er uns oftmals so Realitäten vortäuschen, da geht es nicht mehr weiter, da gibt es keine Lösung mehr, da gibt es keine Heilung mehr. Und er läuft dauernd neben dir her mit diesem Schild und sagt dir, hier ist dein Ende. Du wirst nie das Ziel erreichen, hier ist dein Ende. Ich sage dir, mit Jesus kommst du auch ans Ziel. Es ist nicht immer einfach, ans Ziel zu kommen und da habe ich euch gleich ein paar Beispiele. Ich möchte aber noch von Jeremia 1, Vers 5 vorlesen. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich in Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Das klingt doch anders wie der Feind, der immer sagt, es ist alles vorbei. Ihr Lieben, er kennt dich mit Namen. Er kennt dich mit Namen und das ist besser, wie wenn du in einer Stadt wohnst und irgendwo das Standesamt kennt alle Namen und Einwohnermeldeamt kennt jeden Namen. Und dann kommst du hin und sagst, ich heiße Daniel Müller, dann fragen sie dich erstmal, also mir geht es so, Geburtsdatum bitte, weil in Karlsruhe gibt es eine ganze Menge davon. Geburtsdatum bitte, das heißt, die Person kennt einen gar nicht. Der Computer hat eine Zeile, wo dein Name drin steht, aber die kennen dich gar nicht. Kommst du zum Herrn, sagt er, mein liebes Kind und er kennt dich. Und dann kommt der nächste Daniel Müller und sagt, ja, wenn es noch weitere Gläubige gibt, den kennt er auch. Und er kennt auch dich, er kennt dich mit Namen und er ist ein großer Gott, der nicht sagt, mach doch, was er wollt und irgendwo könnte er irgendwann mal zu mir kommen, sondern er ist ein großer Gott, der sich um dein Leben kümmert, wenn du es zulässt. Wenn du es zulässt. Ende oder Ziel. Für uns ist das manchmal das Gleiche, ein Ende oder ein Ziel, aber mit dem Ende ist oftmals der Teufel beschäftigt, dir das zu zeigen und Gott ist mit deinem Ziel beschäftigt. Ein großes Beispiel kennen wir in der Bibel mit Mose. Mose wurde geboren in einer Zeit, wo er nicht leben sollte, wo alle Hebräer umgebracht wurden, die geboren wurden. Und es war ein Junge. Und er war am Nil, wir kennen die Geschichte, ich möchte sie jetzt nicht so breit erzählen, der Zeit wegen. Und wir wissen, das war die einzige Chance der Ermordung aus dem Weg zu kommen und die Chance, dass das im Haus Pharao eher aufgenommen wird. Und so geschah es auch. Aber er war eigentlich für ein Ziel bestimmt und in den ersten Sekunden seines Lebens war schon sein Ende sehr, sehr nahe. Wir wissen, er ist im Haus von Pharao aufgewachsen und dann gab es ja die Probleme im Haus Pharao und im ganzen Volk, dass das die Sklaverei war, der Hebräer und er hat sich ja zu ihnen bekannt, weil er ja aus dieser Blutslinie kam. Und es gab Streit, Zank und er hat einfach jemanden umgebracht, weil er hat die Schnauze vorgehabt, immer das Gegen und umgebracht. Und er hat geheißen, okay, Mose, du hast ein Problem. Ja, es war wieder ein Ende da und der Teufel hat es ihm wieder vorgemalt. Das ist ein Ende. Er ist geflohen in die Wüste und 40 Jahre in der Wüste, da kann man Ende groß erklären. Das kann man Ende gut erklären. 40 Jahre Wüste. Und er dachte, da ist zu Ende. Und dann in der Wüste hat er ein Ziel bekommen, nämlich das ganze Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen, Ägyptens, auf ein Ziel zu. Und ihr seht, ein Mose, der eigentlich voll in Gottes Willen war, sein Leben in Gottes Willen war. Er hat auch Fehler gemacht, wir wissen es. Aber als er geboren wurde, wurde er geboren für ein Ziel. Und du wurdest auch geboren für ein Ziel. Und oftmals kommt man an diesen Straßenschildern vorbei. Aber ich sagte, ignoriere diese, sondern schau vorwärts zum Ziel. Und dann ging es weiter, das Volk Israel. Ihr wisst auch, die sind aus Ägypten ausgezogen. Und ja, alles wird gut. Und schon am Roten Meer war das Schild Ende. Wasser, es geht nicht weiter. Hinten Feinde, vorne Wasser. Ihr kennt das Ganze, wieder das Schild Ende. Aber sie sind dann hin und her, wir wissen es, immer wieder ein Stück weiter und haben wieder gemurrt und so weiter. Und sie sind aber an der Wüste, haben sie gesagt, hier ist das Ende. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Und nur von den vielen Menschen, man schätzt ja über eine Million Menschen, kamen Joshua und Kaleb, kamen eigentlich an das Ziel. Und wir sehen hier, wir sind da irgendwo in einer Gesellschaft, wo wir es raussuchen können. Keiner der Israeliten, der in der Wüste umgekommen ist, musste dort sterben, sondern es war eine freiwillige Sache. Die wollten nicht weiter. Es ist freiwillig, das Ziel zu erreichen. Gott zwingt dich nicht dazu, aber er hätte dich gerne dort. Weil er hat alles für dich getan, dass du das Ziel erreichst und nicht nur das Ende. Ja, wie viele Menschen sind auf dem Friedhof begraben und haben das Ende erreicht, aber wie wenige das Ziel. Es war einfach das Ende. Der Organismus war verbraucht, ist stehen geblieben, die Organe sind stehen geblieben und es war das Ende da. Aber für viele war nicht das Ziel erreicht, sondern nur das Ende. Wir haben das Beispiel auch bei David und da kann man fast alle in der Bibel durchmachen. Er ist als Hirtejunge geboren und wir wissen es, das war sein Start. Und dann wurde er auserkoren. Wir kennen bestimmt die ganze Geschichte als König gesalbt. Und dann kam die Geschichte mit Goliath. Und wisst ihr, dem Goliath, wisst ihr, wie es stehen? Ja, da siehst du schnell ein Ende. Wenn du den Feind so hochschaust, oh, ist der groß. Da siehst du schnell ein Ende. Aber David hatte immer ein Ziel vor Augen. David hatte immer Gott vor Augen. Er hat auch schlimme Sünden getan, aber er hatte dann gleich wieder Gott vor Augen und hat aufgeräumt. Er hat immer Gott vor Augen und ist immer weiter. Und er durfte ein Mensch sein, wo Gottes Herrlichkeit ganz nahe war. Mit der Bundeslade, ihr kennt das. Er hat ja den, was man heute wieder versucht in Gemeinden einzurichten, den endlosen Lobpreis hatte er damals schon. Und wir sehen, wie oft war bei ihm das Ende. Dann sein König Saul wollte ihn umbringen. Wie nahe war er ihm am Ende? Aber es war noch nicht das Ziel. Wie gehen wir mit unserer aktuellen Situation um? Gewöhnen wir uns, dass wir am Ende sind? Und viele Christen gewöhnen sich an das Ende. Es ist jetzt halt so. Dann ist es halt so. Und dann geht es mit dem nicht und jenes nicht. Und meine Krankheit, es ist halt so. Und du pflegst vielleicht noch deinen Zustand, wo du gerade bist. Und du versumpft in deinem Zustand. Und ich habe gedacht, Gott will was Großes aus mir machen. Und jetzt bin ich da am Ende angelangt. Ich sage dir, sei an diesem Punkt bereit für Veränderung. Und sage nicht, ich bin bereit für Veränderung, aber hoffentlich tut sich nichts. Weil manchmal und sehr oft ist Veränderung mit Arbeit verbunden. Wer arbeitet denn gerne? Es ist mit Arbeit verbunden. Und heutzutage, wir leben in einem Zeitalter, wo alles so automatisch geht. Und immer weniger Menschen möchten gerne arbeiten. Aber gerne mehr Geld verdienen und weniger arbeiten. Und das ist ja heute so auch das Thema. Aber ich sage dir, sei bereit für Veränderung. Wir lesen in Philippa 3, Vers 12. Da heißt es unterwegs, zum Ziel ist es überschrieben. Dabei ist es mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Es gibt einen Siegespreis. Möchtest du diesen erreichen? Den gibt es nicht hier. Oh Herr, du hast mir doch versprochen. Und oh Herr, der Herr sagt, geh weiter. Ich bring dich ans Ziel. Und wenn wir sehen, der Herr ist Jesus selber. Er ist im Stall geboren. Dieser Staat, und wisst ihr, im Stall geboren. Und in dem Moment wollte man ihn schon umbringen. Und dann wäre es das Ende gewesen. Er hat genau dasselbe mitgemacht. Das Ende. Und ähnlich wie bei Mose. Und dann, nach vielen Jahren, kam er zur Taufe an den Jordan. Und es war Herrlichkeit. Und die Taube kam als Symbol des Heiligen Geistes. Und man hörte die Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist doch die Vollendung. Aber es war nicht das Ziel. Und dann heißt es in der Bibel sofort weiter, ohne groß noch Erklärung. Und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. 40 Tage Wüste. In der Wüste kam dann der Teufel, hat ihn versucht. Mach doch die Steine zu Brot, wenn du Gott bist. Kannst du sowas? Das ist die Herausforderung gewesen. In der Wüste ist das wirklich das Ende. Und wir wissen es, unser Jesus hat es vorgemacht, dass er widerstanden hat. Der Platz von Ende ist ein Platz, wo wir zu widerstehen haben. Feind, du bist besiegt. Feind, das kann nicht sein. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Du hast den Feind besiegt. Durch dein Blut bin ich mit diesem Sieg eins und bin in diesem Sieg auch beteiligt. Und ihr Lieben, und dann kam wieder. Jesus hat gewandelt, hat Wunder getan und sein Bodenpersonal, die Pharisäer, die Gottes Wort verkündet haben, wollten ihn umbringen. Und schon wieder war Jesus an dem Punkt, wo er sich entscheiden musste, ist es wirklich zu Ende oder habe ich nicht ein Ziel? Und Jesus hatte immer das Ziel vor Augen. Aber sein Ziel war nicht, ich werde geboren und meine Mama, die Maria, trägt mich ans Ziel. Und ich sage, ja, ja, ich habe es geschafft. Das ist das, was wir gerne hätten. Aber was dazwischen liegt, da haben wir alle eine Geschichte. Und viele sind an diesem Platz angekommen. Und ich sage dir, bleib nicht an diesem Platz. Wir wissen, Jesus ging dann in den Garten Gethsemane und er war wieder an dem Punkt. Und dann sagt er, mein Vater, mein Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da hat er, der Feind, so die ganze Last lag auf ihm und der Feind wollte ihm groß machen, was alles jetzt nicht mehr funktioniert. Und er hat durchgehalten und er hat für uns gesiegt. Und weil er gesiegt hat, kommen wir auch ans Ziel, wenn wir wollen. Hebräer 12, 2, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Er hat es uns gezeigt. Und ihr Lieben, wenn wir sehen, was Jesus durchgemacht hat auf der Erde, da haben wir es noch leicht. Wurdest du schon mal angesprochen, wurdest du schon mal ausgepeitscht und so weiter, was Jesus alles damit gemacht hat und er hat das Ziel erreicht. Und wisst ihr, was Ziel bedeutet? Ein Ziel ist ein in der Zukunft erstrebenswerter Zustand. Zu einem Zweck und es braucht eine Ausdauer und ein Aufwand an Arbeit. Also, ein Ziel zu erreichen ist etwas Erstrebenswertes, wo wir erreichen können. Das Ende zu erreichen ist nicht erstrebenswert. Und ihr Lieben, für einen Zweck und wir wissen für uns Menschen, das Ziel zu erreichen im Glaubensweg ist mit Jesus ewig leben. Das ist das Ziel und das ist etwas Wunderbares. Und wenn wir sehen, ihr Lieben, das Ende ist ein Punkt, wo alles aufhört. Und das Ziel ist ein Punkt, wo alles anfängt. Und das ist die Frage, möchtest du am Ende sein oder am Ziel? Viele sind am Ende angelangt. Und ich möchte dich heute aufrufen, geh wieder los und geh wieder in Richtung Ziel. Siehst du nur deine Situation oder blickst du auf das Ziel? Bist du mit dem Ziel beschäftigt oder nur mit deinen Problemen? Der Feind möchte dir nur dieses Schild vor Augen halten. Ende, Ende, Ende. Und ich sage dir, schau weiter und sag, nee, Ende heißt nicht, dass ich das Ziel erreicht habe. Wächst du in deine Berufung hinein oder lebst du in einen Tag hinein und sagst, ach, bin ich froh, wenn das hier auf der Erde einmal rum ist. Das Ende ist nicht immer das Ziel, wie ich schon sagte. Burnout ist ein Ende, aber es ist kein Ziel. Gott hat für dich ein Ziel und kein Ende. Denn er ist grenzenlos, er ist endlos, er ist ewig. Der Teufel sagt, es ist zu Ende. Jesus sagt, die Sünde ist zu Ende. Und Jesus sagt, mein Ziel für dich ist endloses Leben. Gott hat in dich ein Ziel hineingelegt und nicht ein Ende. Ein Ziel und nicht ein Ende. Gottes Ziel für dich heißt ewiges Leben. Möchtest du dieses Ziel erreichen? Gib Gott die Ehre. Danke, Herr. Amen. Untertitelung. BR 2018